Märchen der Zukunft Nummer 17 Vor langer Zeit lebte in den Tiefen des Ozeans der mächtige Gott Neptun. Neptun war bekannt für seine Stärke und Weisheit und herrschte mit Güte und Fairness über alle Geschöpfe des Meeres. Eines Tages erhielt Neptun eine Botschaft von den anderen Göttern und Göttinnen des Universums, die ihn vor einer großen Gefahr bahnten. Der Erde gingen die Ressourcen aus und die Götter befürchteten, dass alles Leben auf dem Planeten vernichtet werden würde, wenn nicht etwas unternommen würde. Neptun wusste, dass er schnell handeln musste, um die Erde zu retten, und so rief er die Kraft des Wasserstoffs an, des leichtesten und am häufigsten vorkommenden Elements im Universum. Mithilfe seines magischen Dreizacks begann Neptun, sich die Energie des Wasserstoffs zunutze zu machen und die Erde damit zu versorgen. Als die Energie des Wasserstoffs durch den Planeten floss, begann die Erde wieder zu heilen und zu gedeihen. Die Tiere und Pflanzen konnten sich entfalten, und die Menschen auf der Erde konnten in Frieden und Harmonie leben. Aber der Schlüssel zum Erfolg dieser Energiewende war nicht nur die Kraft des Wasserstoffs, sondern auch die Kraft der positiven Gedanken. Neptun wusste, dass die Menschen auf der Erde an sich selbst und an ihre Fähigkeit, eine bessere Zukunft zu schaffen, glauben mussten, damit die Energiewende erfolgreich sein konnte. Und mit jedem positiven Gedanken wurde die Kraft des Wasserstoffs stärker, versorgte die Erde mit Energie und brachte Leben und Wohlstand für alle. Und so wurde die Erde dank der Weisheit und der Kraft von Neptun, Wasserstoff und positiven Gedanken gerettet, und alle, die auf ihr lebten, konnten eine strahlende und hoffnungsvolle Zukunft genießen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. A Hof Verw eerst Ön 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 Vielen Dank.